Hallöchen Leute, herzlich willkommen! Hier ist euer Sexy und Juggielina. Genau, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ARK Survival mit uns beide Bekloppten. Wir sind doch Pärchen, oder? Wir sind auf jeden Fall ein Pärchen. Das süßeste, was ich je gesehen habe. Wann kriege ich denn endlich meine Lederhose, die du mir versprochen hast? Bekommst du noch? Guckst du dir einen runter, oder was machst du da? Du Sau, lass es sein! Nein, ich habe was gegessen! Das sah aber sehr komisch aus. Ich brauche noch ein paar Speere. Das sind mir zu wenig Speere. Frauen brauchen immer Speere. Immer was zum Stechen. Wieso mich stechen? Feuerstein. Gib mir Feuerstein. Gib mir Feuerstein. Was brauche ich noch? Holz. Ich brauche ein bisschen Holz. Da ist ein Opfer für mich. Hallo, du Opfer! Meinst du mich? Nee. Nee. Hier da. Unser Futter. Oder wir konnten das tarmen. Krieg ich das... Krieg ich es kaputt gehauen? 100... Was? Was? Welche? Ne, 116. Okay. Das kann ich dann vergessen. Du... 그렇지. Ach so. Du! Du. 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 Den hat er mich getroffen? Du Biest. Scheiße, ich hab keins. Hilfe, Hilfe. Ich hab daneben geworfen. Warte mal. Oh, voll geil. Alter, machst du mich platt? Nein. Hat mich platt gemacht. Scheiße. Nur weil ich testen wollte. Guck mal, ich kann spawnen. Bett. Bett. Ja. Wiederbeleben bei Bett. Okay. So. Hast du den getötet? Ja. Schatzi. Das hab ich. Ich sollte eigentlich die Jägerin sein. Scheißegal. Er spuckt mich an und ich fürfe den Speer. Das war toll. Hab ich toll gemacht. Äh, was? Oder? Oder, Schatzi? Oder, Scheiße? Hab ich toll gemacht. Hast du super gemacht. Jetzt musst du mich heiraten. Ich will dich dafür. Wir sind doch schon verheiratet. Ah, ja, stimmt. Ne, sind wir nicht. Ach, guck mal, damit lieg ich. Mit Speer. Nimm doch auf. Hallo? E. Zeig mir E an. Zeig mir bitte E an. E. Äh, ich... Wacke. So. Und wieder muss ich mich neu einkleiden. Also, wie wird ein zweiter Hut hier? Mhm. Wo ist mein... Mein Dingenshut? Nein, Level 25. Scheiße. Ich hab gedacht, für den Strahl kann ich schon was mitnehmen. Aber nein, für den Strahl brauche ich Level 24. Wieso verliere ich immer eigentlich meine, 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 meine Kappe hier? Wieso ist sie immer weg? Verstehe ich nicht. Manchmal liegt sie daneben. Jetzt hab ich keine mehr. Kannst du mir so eine Stoffkappe machen, bitte? Kann ich meinen Hut wieder tragen? Ach so. Und da ist was gekommen. 70 bis 100. Was kommst du hier runter, du scheiß Ding? Meinst du, ich bin 70 oder was? Voll die verarscht, da freu ich mich, ne? Auf diesen Strahl, der da kommt. Ja, und du brauchst Level 25, gell? Ne, Level 70. Ah. Also, der andere Strahl. 70 bis 100. 100. 100. Hm. Hängst du hier fest? Der Bakt hier fest. Soll ich dich retten? Komm, ich rette dich. Das geht in die Hose, ich seh das jetzt schon. So. Oh Gott. Und da soll ich den töten? Warte mal. Das ist ja eigentlich total unfair, ne? Aber ich hab jetzt eine Möglichkeit, den zu killen. Kann der dich wehren? Äh, ja? Nö. Mit deinem Schwanz. Das ist nicht so witzig, wie ich mir das vorgestellt hab. Oh, oh. Jetzt geht's rund. Äh, äh. Scheiße. Ich bin schon wieder tot. Wieder leben bei Bett. Hallo. Heila. Hä? Mein letzter Pfeil. Ich bin tot. Scheiße. Äh, wo geht's hier raus? Scheiße, Scheiße, Scheiße. Was? Was? Ich kann nicht. Du bist der Ausgang. Halt da. Ah, ja, stimmt, weil du bist gestorben, deswegen. Du sag. Warum, deswegen, was? Bist du immer noch sauer auf mich? Bist du immer noch sauer? Ich bin tot. Ich bin tot. Und ich kann nicht spawnen, gell? Warum nicht? Ratte mal! Weil ich gespawnt bin, oder was? Ja. Das ist blöd. Wie lange musst du jetzt warten? Ah. Stimmt nicht. Aber normalerweise, glaube ich, 500 bis 10 Minuten. Ach, das ist doch total beschissen. Dann machen wir eine Pause. Nein, nein. Wo ist denn jetzt meine scheiß... Reiche? Ah. Ah. Nein, ich bin gleich da, gell? Schnucki. Okay. Bin ich das? Ja, ich bin's. Tot. Wie tot? Körper ziehen. Ey, ich nehme mich mal mit. Komm, ich ziehe meinen eigenen Körper. Wie sieht das aus? Komm, man, die Sonne. Trockne dich jetzt mal ein bisschen. Ey. Flup, dodo. Wie die Wecke flippert ist. Ey, geil. So, alles genommen. Mir wurde alles genommen. Fallen lassen. Fallen lassen. Ein Hut, ein Dies, ein Das, ein Jenes. Mehr brauche ich nicht, oder? Nö. Ah, nee, das brauche ich auch nicht. Fallen lassen. Ich glaube, ich erlerne mal so ein... Hey, da war doch einer. Warte. Warte, der lag doch gerade hier. Da ist er doch. Den brauche ich. Ach, mit dem Hut habe ich den jetzt rausgeschmissen. Ach, so geht das. Ah, jetzt verstehe ich. Ich verstehe. Alles klar. Wo ist meine Hose? Lala. Ich bin wieder angezogen. Äh, wo meine Leiche ist? Hab ich noch nicht gesehen. Warte mal, ich such mal mit. Ah ja, hab ich. Hast du, hast du gefunden? Nee, das bist du. Hä? Nee. Meine alte Leiche. Hier. Hier oben. Hier irgendwo. Warte mal, hier. Nein. Hier war noch... Du darfst irgendwo hier sein. Weil ich lag hier irgendwie. Ich... Wo lag ich? Wo lagst dann du? Wo ist denn der Silbi? Wo ist mein Schatzi? Nee. Äh, wo ist's? Ah, komm schon. Ohne Scheiß. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich auch nicht. Du bist ja voll beschissen. Nein. Aber du musst doch hier liegen. Klar liegst du hier. Auf jeden Fall. 100 pro. Also ich war irgendwie hier so. Also ich lag hier. Komm mal hier her. Hier. Hier lag ich. Hier. Ja. Wo warst du? Wo bist du gestorben dann ungefähr? Irgendwo da vorne sollte ich. Da? Okay. Oder... Oder hier. Zwischen hier. Leiche suchen. Okay. Nein? Also... Nein. Dann doch nicht. Alter, das ist schon scheiße. Bisschen. Bisschen total mega scheiße. Nein, 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 nein. Alter. Hat... Nee. Hast du dich schon wieder geheilt, du Dingens? Ach, Level 44. Das ist ja kein Wunder. Dass ihr uns so niedermacht. Gibt es hier nicht mal was Lowes? Aber ich finde deine Leiche nicht. Jetzt wird es gleich noch nur dunkel. Das ist ja beschissen. Aha. Aha. Hast du es gefunden? Ja. Ja. Wo? Echt? Da? Da bin ich schon dreimal vorbeigelaufen. Ach, da liegt da die Tatsache. Was? Hä? Wie kann man so blind sein? Ja. Ey, das ist... Tanzt nicht so übertrieben, gell? Hat sie sich getanzt? Aber auf jeden Fall. Du liegst ja voll offensichtlich hier. Na ja. Na gut. Haben wir uns gefunden. Das ist alles prima. Alles gefunden. Alles super. Gibt es was zu futtern? Und? Habe ich jetzt eigentlich eine Kiste gemacht? Ich habe keine Ahnung. Es wird kalt, gell? Hände? Hände? Warte mal. Äh. Nebel? Ich muss mal ein paar Accessoires ausprobieren, was man so anziehen kann. Stehen die mir? Wie sieht das aus? Okay, das ist auch ganz süß. Ja, das lasse ich an. Hm, 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 hm. Erteilt er Erfahrungspunkte vom Stamm? Ja. Ja, was du sammeln, ich bekomme auch Erfahrungspunkte, gell? Na gut. Hilfe, 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 Hilfe! Ein Monster! Ein Monster! Was ist los? Brauchst du Hilfe? Deine Frau rettet mich. Ich glaube schon. Oder? Habe ich schon verloren. Sieh dir mal was an, wie du aussiehst, du unzivilisierter Klotz. Warte mal. Das ist nichts an. Boah, ist so schummrig hier. Wollen wir wieder eine Runde drehen? Warte mal. Warte mal. Ähm. Ich muss wirklich was einziehen und was zu essen. Ich verhungere gleich. Ich verhungere wirklich gleich. Ich verhungere schon. Hast du es? Hast du was? Ja. Ich brauche essen. Warte, ich lege dir was da rein. Ähm. Ich stelle die Kiste jetzt hier hin. So. Nicht zwischen denen. Oh, cool. Es gibt Holzboden. Yeah. Ich habe weiter noch dran. Hast du was zu essen? Ja. Mhm. Mhm. Hier. Da sind drei Fleisch drin. Ich muss wieder jagen gehen. Okay, ich gehe Fisch jagen. Wie komme ich hier raus? Irgendwie verstecke ich mal die Tür. Ah, da ist die Tür. Hallo. Echt nebelig. Da habe ich nur noch. Was? Die fünf ist auch ein Speer. Was? Nein. So. Gesundheit. Zack. Einmal Gesundheit. So. Wie viel Speere? Ich brauche noch ein bisschen Holz. Okay. Mal kurz Holz holen. Aber man, hier ist bald nichts mehr an Holz, ne? Ja. Wir müssen schon recht weit laufen. Mhm. Haben wir ja ein bisschen zu viel Holz benutzt. Wieso bin ich jetzt so schwer? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ach ne, ich habe was hergestellt. Da ist deswegen so lahm gelaufen. Was jetzt? Feuerstein. Echt jetzt? Schon wieder Feuerstein. Hier gibt es kein Fleischfresser, gell? Gesundheit, mein Schöner. Mein Schatzi. Versuch gleich mein Schatzi. Oh, da ist schön. Mhm, 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 mhm. Mhm, 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 mhm. Auf zur Jagd. Alter, ich habe selber nichts mehr zu futtern. Diesde, so bin ich zu dir. Ja. Zuerst gebe ich dir was zu essen, bevor ich selber etwas bekomme. Ach, die sind voll weit weg, die Fische da hinten. Okay. Und es regnet. Ich habe jetzt keinen Bock, Bären zu sammeln. Müsste ich eigentlich, damit ich was zu futtern habe. Äh, hier in der Kiste sind Bären, gell? Ja, okay, ich gucke jetzt mal die Bären. Hinter in dem Haus sind Bären. Habe ich gerade ein paar gegessen, gell? So. Äh. Du hast alles weggefuttert. Du wirst nichts mehr. Nee, hinten, aber draußen in die Kiste. Ach, draußen in der Kiste, ja. Ja, komm, hier ist noch so Zeugs. Zu basteln, ein paar Steine, ein bisschen Holz, Fasern. Da ist noch eine andere Kiste. Und ich verhungere gerade, okay. Äh, brauche ich nicht, das kann ich wegwerfen. Mhm. Ach, ich habe doch 70 Bären, Mann. Bin ich blind, Alter. Bin so van Blis. Ja, dann bis zu bilden, mein Scherzi. Ma-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-der Kiste. Aber viel bringt es nicht, oder warte mal, steigt bis jetzt an. Nö. Buss. Schon lang. jetzt wird es dunkel ich habe keine Kiste hey nee das ist ja blöd im dunkel kann ich ja nicht jagen im dunkel kann ich keine Fische fangen wo sind mir die Fische gib mir Fisch was brauche ich jetzt überhaupt was ist ein Fisch ich brauche Holz das sind Türen ah da sind Türen nö das ist kein Türen das ist ein Türen Alter ich sehe keine Türen ah da sind die Türen ich habe einen Fisch ach guck mal da hinten ich sehe dich Feuer machst cool ok ich habe ein bisschen was zu essen also meine Nahrungsanzeige ist wieder ein bisschen angestiegen meine auch äh sollen wir suchen was was hast du da Fisch ich habe Fisch gefangen also aber der lässt den Ebeni los lass doch los du musst du Druck halten oh ja so das ist echt groß ne 30 Rohrfleisch habe ich rausgehauen wie viel 30 ja cool ey das geht da voll geil geil mit dem Fischen aber wenn du hast du äh Fisch dann mach ich nicht mehr Axt nur mit Spitzhacke ok mit Spitzhacke ja bekommst du am meisten ja geil war da ah das war zu futtern äh da ist Fisch gekochter Fisch ah ist das cool ich liebe es das wegschmeißen äh Holzbrange äh jetzt is doch die isst irgendwie nicht die will nicht essen das mach ich hier rein und anzünden voll Futter ok noch mehr ich brauche mehr ich brauche mehr ich brauche mehr ich brauche mehr so ist das voll oh es ist voll ok ich gehe trotzdem nochmal gucken ob ich im Wasser äh noch was finde warte ist das jetzt da hinten da ist doch so ein weißer Strahl ach komm ich geh mir den holen mpfeil ich nicht sterben werde auf dem Weg so weit ist das ja nicht ne sollte ich das schaffen so eigentlich hol ich jetzt nicht weiter die Holz sammeln die du Holz sammeln ich gehe looten ja bisschen waschen das ist da oben ok das ist ein weißer Strahl weißt du das können wir das nehmen sind wir da in dem weißer Strahl ja ok jetzt muss ich nur schauen dass ich da irgendwie hochkomme äh ist voll hoch nein ich muss da hoch oh das ist aber echt hoch wie geht's denn da hoch hier ist kalt solltest du bald wärmer einen Ort aufsuchen ja ich weiß irgendwie habe ich das Gefühl ich komme da nicht wirklich hin so hä ist der jetzt weg ne der ist weg es ist hier ein roter ja das ist das ist oh ne jetzt ist der verschwunden welches Level bist du machst du Ärger Level 12 ok komm hier fertig Level 12 easy ich sammle jetzt Bären gell Schassi weil sie wird ja sammle Bären was machst du Level 64 ok jetzt bin ich hier hingelaufen da ist der Strahl verschwunden jetzt ist auf der anderen Seite bei uns ein weißer Strahl ey das ist doch voll die Verarsche wo ja da auf der Insel ich sehe blau blau das ist blau das ist blau ok ah da ist es weiß ja sehe ich geh mal gucken ist das was ach du bist verliebt Doduchin ein verliebtes Doduchin also ich sehe jetzt zwei weißer Strahl ich habe dich zum Fressen gern ich geh schau ich mal Schatzi mhm ja ah ne das ist nicht bei uns das ist weiter hin ja von dir aus sieht das halt so ein bisschen so aus das sieht ein wenig nicht so aus mit was soll ich dir nochmal hier schmettern mehr Fleisch mit der Pickaxe ne mhm hab ich hab ich ich hab jetzt ist doch jetzt ist doch hier ein weißer Strahl wieder äh ne das ist aber sehr sehr weit weg oh das ist weit weg ja das ist weit weg da brauche ich bestimmt zwei Tage hin und drei Tode ne doch nicht das ist aber eine andere Insel aber ich brauche jetzt essen nee Schatzi ich bin so loot geil ich bin nicht nur immer geil ich bin auch was bist du bist du ja are you friendly level 12 lauf weg wo ist er hin du Schisser ich tschüss ne hier diese ich hab keine Ahnung wie die heißen da musst du sterben die 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 so wir werden herstellen ne nicht herstellen ich werde was verplatzieren jetzt jetzt muss ich da rüber schwimmen aber ich weiß nicht ob ich das überleben werde sieht recht weit aus drum herum laufen will ich nicht ne hab ich schon wieder Hunger die hat schon wieder Hunger Alter wie viel fristen die alle alle drei Sekunden lieber zu fressen weil du rennst die ganze Zeit das ist deswegen ja ich müsste gehen ne soll ich da reingehen ich weiß nicht ich trau mir nicht wie sieht es ja aus mit Haien sieht ja nicht ganz gut aus so ey das ist ein Manta rochen oder sowas Alter sind die gefährlich oh scheiße es ist gefährlich und ich bin gleich tot ein Manta rochen ist gefährlich wo bist du Schatzi ich bin gestorben nein Schatzi du bist bereit sein okay aber jetzt bin ich im Wasser ich glaube das kriege ich nicht mehr wieder Zeug au nein das ist schlecht aus hey oder was die gefährlich ne das war so ein Manta rochen achso diese Fisch Piranien sag ich so ne kein Piranha so ein flacher wie eine Flunder achso nur halt ein Manta rochen ja fick dich doch ins Knie ey jetzt hab ich gar nichts mehr ich bin voll gestärbstet ja und da ich gestorben bin beende ich jetzt auch erstmal hier die Folge und achso ist es schon soweit schon wieder ja so 24 Minuten das müsste doch eigentlich ganz gut ey wo geht es hier raus du hast wenn du alles baust in der Zwischenzeit während ich die zehnmal sterbe finde ich schon lustig und ich äh äh du musst den Ausgang wieder warte mal hier oder nein hier ah nein also aber du musst unbedingt hier Holztüren rein ja ja ich mag gleich Holz ich mag nur Schrecken und dann Holz super keine Sorge scheiße ich mag gleich ja ich sag dann mal tschüss bis zur nächsten Folge also ich tschüss auch tschüss tschüss tschüssi